Ostern wird ein Fest. Das erste große Highlight der Saison. Hamburg lädt ein zum Meeting der Topstars. Los geht's Karfreitag mit dem Johannes Frömming Memorial, dotiert mit 30.000 Euro. Und Ostermontag, das Kräftemessen im schwarzen Stua drinnen. Das große Eventwochenende, Karfreitag und Ostermontag, ab 13 Uhr auf der Trabrennbahn in Hamburg. Wie gesagt, Ostern wird ein Fest.